Ja, wieder als erstes der Hinweis darauf, also unbedingt sofort schauen, bei Sender News und Talks für Gebildete auf Playlist klicken, dritte Playlist zum Beispiel hier an der vierten Stelle, Termin 12, Fehlanreize im System, unbedingt sofort schauen. Ansonsten haben wir hier unser Tagesbild. Ja, ich glaube, so sieht es ganz gut aus. Dann haben wir nachher die Tagesthemen und ich beginne aber wieder mit den Kurznachrichten zum Tagesbild. Ja, da war eine Sendung mit einem Pfleger sozusagen. Da ging es darum, mal all den Corona-nachdenklichen Leuten mitzuteilen, wie die Welt wirklich ist. Ja, und da sieht man das ganze Dilemma einer antinaturwissenschaftlichen Perspektive, eine von Irrtumsgebäuden, von dem fehlenden Verständnis, dass freier Markt und freie Arbeitsteilung notwendig Fehlanreizsysteme sind mit Massen an vorteilbringenden Irrtümern, die unsere Gesellschaft und jeden Menschen auf der Welt massiv schädigen. Denn vorteilbringende Irrtümer sind nur, sind vorteilbringend im Sinne von Geldbringend, Karriere fördernd, aber allen anderen Menschen, sogar dem Träger des vorteilbringenden Irrtums, schaden diese vorteilbringenden Irrtümer. Ja, denn was ist mit dem Arzt, der an einen vorteilbringenden Irrtum glaubt und dann selbst irgendwie erkrankt und dann aufgrund des vorteilbringenden Irrtums sich sozusagen selber sich mit Medikamenten zu Tode frisst sozusagen. Ja, also das heißt, vorteilbringende Irrtümer bringen Karrieren, bringen Geld, bringen in diesem Sinne Vorteile, aber eigentlich bringen sie allen anderen und oft dem Träger des vorteilbringenden Irrtums auch riesige Gefahren und Schäden mit sich. Ja, und wenn man das als Pfleger nicht sieht, weil man also quasi auch das Medizinsystem und seine Ärzte gar nicht reflektieren kann, da lebt man in dem Aberglauben, dass sozusagen es ausreichen würde, als Beweisführung, dass ein Fehlanreizsystem selber eine Sache beurteilt und die Möglichkeit, dass das Fehlanreizsystem Medizinindustrie selber Sachen falsch beurteilt, die kann man gar nicht denken. Ja, also das heißt, um das nochmal klar zu machen hier. Was ist denn, der sagt dann zum Beispiel, ein Drittel der Betten, der Intensivbetten waren mit Covid-Leuten belegt. Was weiß er denn, ob die wirklich Corona hatten oder ob die nur durch irgendwelche wackeligen Tests in falsche Schubladen eingeordnet wurden. Was weiß er denn, ob die wirklich intensiv bedürftig waren oder ob nur die Krankenhäuser und die Ärzte so auf die Corona-Mode geeicht waren, dass sie die Leute alle leichtfertig in Intensivbetten gesteckt haben. Was weiß dieser Pfleger denn davon, dass die Ärzte vielleicht aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern die Leute leichtfertig beatmet haben und so weiter. Was weiß denn dieser Pfleger darüber, dass eventuell die aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer der gesamten Medizin- und Pharmaindustrie eventuell die Leute durch die Art der Behandlung zu Tode therapiert wurden. Dieser Pfleger weiß gar nichts, lebt aber in der Illusion, alles zu wissen, weil ja alles, was vom Mainstream der Medizin kommt und von den Ärzten kommt im Krankenhaus, ja die Wahrheit sein muss. Da haben wir wieder diesen Aberglauben an den Vollgott in Weiß und das bei einem System, wo die ganze Medizin zwangsläufig und notwendig aus lauter vorteilbringenden Irrtümern besteht und fast keine Wahrheiten da noch vorhanden sind. Ja, von daher, also das dazu, falls sich jemand verunsichern lässt durch solch eine Sendung, das ist nicht nötig, sich davon verunsichern zu lassen. Dann Lanka, das ist der Mann, der immer irgendwie so erzählt, Viren gibt es gar nicht und so weiter. Ja, oder das spielt keine Rolle. Es kann ja sein, dass er recht hat, das spielt aber auch überhaupt keine Rolle. Für uns ist nur interessant, dass die meisten Menschen kerngesund bleiben, wenn sie in Zukunft aufgrund der Wohlfühlstimme, der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten und der Wirtschaftswunderdaten jede Hausarztersatzpraxis- bzw. Hausarztgesundheitskommune kostenlos sozusagen uns allen hilft, so gesund zu leben, dass wir uns über die Frage, was Viren sind oder nicht, gar keine Gedanken machen müssen. Und dann sollen sich die spezialisierten Ärzte, wenn es über das Thema, wie sind Viren wirklich, Gedanken machen. Aber für die Masse der Menschen ist das völlig uninteressant. Denn wenn die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten die Ärzte dazu hinlenken, alles für die Verhinderung von Krankheiten zu tun, dann interessiert uns auch die Frage nicht mehr, was Viren sind oder nicht. Dann haben wir starke Immunsysteme und dann interessiert uns das nicht. Also nach Einführung der Wohlfühlstimme sind alle solche Streitfragen unwichtig. Ja, dann haben wir, das passt schon fast auch wieder zum Tagesthema von Markus Krall, sein Vorschlag zur Krankenkasse ist quasi so, die Krankenkasse zahlt nur alles, was über x Prozent des Einkommens eines Menschen geht. Alles, was so kleinere Beträge sind, soll der Mensch selber tragen, damit er angeblich deswegen von der Zuckersucht und Süßigkeitensucht geheilt wird, weil er sich dann Gedanken macht, ja, ich werde heute nicht süchtig sein, weil ich ja erkenne, dass ich die Krankenkassenrechnung dafür selber bezahlen muss. Als ob eben, er glaubt wirklich, als ob wirklich suchtkranke Menschen einfach so durch die Überlegung, jetzt muss ich ja die Behandlung selber bezahlen teilweise, dass sie sich dadurch davon abhalten lassen würden, ihrer Sucht nachzukommen. Also ich selbst weiß, wie das ist, sozusagen, wenn die Sucht ruft, dann ist alle Vernunft ausgeschaltet und dann interessiert auch niemanden mehr, ob er dann eventuell selber die Krankenkassenrechnung übernehmen muss und zahlen muss, bis zu einer bestimmten Höhe. Ab der bestimmten Höhe zahlt dann die Krankenversicherung alles. Das erinnert natürlich sehr stark auch an das Modell der privaten Krankenversicherung mit den Selbstbeteiligungstarifen und so weiter. Aber wie gesagt, auch da gilt wieder, das ist eine sinnlose Diskussion. Wir müssen jetzt nichts am Gesundheitssystem umbauen, wenn wir den richtigen Totalumbau machen, nämlich, wenn meine Wohlfühlstimme, meine Gesundheitsdaten, meine Langlebigkeitsdaten und die Wirtschaftswunderdaten über die Verdienstzuschläge und Zuschüsse für meine Hausarztkommune sozusagen entscheiden, dann werden die alles tun, um dafür zu sorgen, dass ich gar nicht krank werde. Und was brauche ich dann jetzt noch, neue Überlegungen mit Selbstbezahlung und so weiter. Ist doch alles nicht nötig, wenn die Leute, natürlich haben wir auch so eine Überlegung gehabt und haben die immer noch im Hinterkopf, dass man den Leuten eine Beitragsrückerstattungs- Sonderbelohnungsprämie auszahlen könnte, wenn sie übers Jahr mit der Hilfe ihrer Hausarztgesundheitskommune völlig gesund geblieben sind, also keine weiteren Kosten verursacht haben, dann sozusagen, ja, könnte man machen. Und die Idee von Krall ist eben so, dass wenn weitere Kosten entstehen außerhalb der Gesundheitskommune, dann muss das eben bis zu einer bestimmten Höhe der Patient selber tragen. Unser Modell bestand ja auch dann daraus, dass, es gab ja auch ein Modell, dass der Arzt einen Etat kriegt und aus dem Etat heraus muss er alle anderen Behandlungen außer seines Präventivkonzeptes, die dann trotzdem noch nötig sind, muss er selber bezahlen. Ja, so gibt es verschiedene Wege, positive Anreize zu setzen, aber ich glaube, darüber brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken zu machen, weil wenn die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten über die Verdienstschlüsse für jeden Arzt entscheiden, dann kriegen wir eine solche Gesundheitsorientiertheit in der Gesellschaft. Ich glaube, dann brauchen wir, wir können ja das im Hinterkopf behalten, dass wir vielleicht noch solche zusätzlichen pekuniären Anreize setzen könnten, sowohl für den Arzt als auch für den Patienten. Kann man machen, kann man mal darüber nachdenken, aber ich glaube, das ist auch wieder überflüssig, weil es eben sozusagen, ja, letztendlich ja schon gelöst ist. Dann haben wir hier noch die Reichen. Ja, es ging nochmal um die Überlegung, also nochmal ganz klar. Also die Next Scientists for Future wollen ja, vom World Council, wollen ja, dass die Schere zwischen, ah ja, ich war schon weit genug, dass die Schere zwischen Arm und Reich dadurch wieder total zusammengeht, dass wenn auch die Reichen dann in die ersten Kommunen, bonobo-kommunistischen Kommunen, die vielleicht einige Freiwillige dann gründen, eingeladen werden hier und dann auch wieder anfangen, die Männer wieder anfangen, alles, was sie haben, den Frauen und Kindern zu schenken, dann verteilt sich ja der Reichtum immer auf die jeweilige gesamte Kommune. Ja, und das, da geht die Schere zwischen Arm und Reich zügig zu, ne, aber noch einmal dazu, vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm, Professor Hans-Werner Sinn, der immerhin berühmteste Volkswirt Deutschlands, hat das ja angedeutet in seinem Talk mit Thilo Jung, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn die Reichen so viel Geld zur Verfügung haben. Erste Überlegung, ja, die Reichen, also hier jetzt unsere geliebten Milliardärskönige, ja, und Politikkönige und Journalistenkönige, ja, unsere Geliebten, ja, die meisten machen den Fehler, dass sie denken, wenn sie sie hassen, würde irgendwas besser werden. Nein, wir müssen sie lieben und mit ihnen zusammen die Welt verbessern. Also, liebe unsere geliebten Milliardärskönige, verkonsumieren ja von ihren Milliarden nur winzigste Teile. Den Rest der Milliarden verwenden sie sozusagen, investieren sie in neue, arbeitsplatzschaffende Projekte und wer ist denn intelligenter als diese erfolgreichen Unternehmer, um diese Gelder sinnvoll einzusetzen, ja? Also, ist das nicht besser, wenn diese Leute, also wenn Jeff Bezos, der weiß, wie man ein erfolgreiches Unternehmen organisiert, wenn der seine 140 Milliarden oder was auch immer in neue Projekte investiert und dadurch noch mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, ist das nicht sozusagen besser, als wenn wir das Geld jetzt in Staatshand nehmen durch Steuern und der Staat es dann ineffizient einsetzt und vergeudet und verschwendet und dann eventuell gar keine Arbeitsplätze geschaffen werden mithilfe dieses Geldes. Ja, deswegen ist die Frage, wem wollen wir das Geld geben, sodass er es noch besser arbeitsplatzschaffend einsetzt, als dem Unternehmer, der schon bewiesen hat, dass er Arbeitsplätze erfolgreich schaffen kann. Also, von daher ist das vielleicht auch gar nicht so schrecklich, dass die großen Investitionsgelder in der Hand derer sind, die was davon verstehen. Und die Idee, diese Gelder wegzunehmen und sie in die Hände von Leuten zu geben, die nichts davon verstehen, ist vielleicht die falsche Idee, ne? Und dennoch wird es am Ende so sein, dass von sich aus freiwillig alle die Milliardäre auch ihren Reichtum auch eben verschenken an ihre geliebten Frauen und Kinder ihrer Kommune, ne? Und das wird dann von selbst geschehen und dann ist das Thema sowieso vom Tisch, ne? Dann haben wir wieder den Naturzustand, ne? Ja, also wie gesagt, würden es nicht alle anderen fehlinvestieren, außer denen, die bewiesen haben, dass sie gut investieren können mit großen Summen, ne? Also noch einmal abschließend, so schrecklich ist das nicht. Ja, so, ja, das waren die Kurznachrichten, jetzt kommt unsere Tagesthemen. Ja, deswegen, die gefährlichen Irrtümer von Markus Krall, das mit der Krankenversicherung war ja nicht so schlimm eben, ja, aber Markus Krall und Hans-Werner Sinn und Fridays for Future Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie, die tragen alle den ganz gefährlichen Irrtum in sich, mindestens haben sie die Tendenz und sagen, freier Markt und freie Arbeitsteilung sind doch halb so schlimm. Das stimmt aber nicht, liebe Leute. Also zum tausendsten Mal der Beweis, ein Beispiel von Millionen, weil Corona ja aktuell ist, bleibe ich dabei. Hier haben wir den ersten Früharzt und der lebt in der Wahrheit und sagt, ihr müsst nur euren naturbelassenen Ernährungs- und Lebensstil voll beibehalten, dann braucht ihr mich gar nicht. Und wie recht er hat. Dann habt ihr nämlich starke Immunsysteme und braucht euch über nichts Gedanken zu machen. Und hier und dieser Früharzt, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, Variation und Selektion, muss es zum sich irrenden Früharzt kommen und der sagt, nein, ihr könnt auch ruhig die moderne denaturierte Nahrung essen, die macht euch nicht krank. Es sind allmächtige Viren und Bakterien und nur die machen euch krank und so weiter. Und dagegen helfe ich euch, da verkaufe ich euch was. Ja, und dann kann der unheimlich viel verkaufen, weil die Leute sich krank essen und glauben, dass die eigentliche Gefahr nur aus Viren und Bakterien und so weiter bestünde oder aus genetischen Faktoren bestünde und so weiter. Und dann kann er zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und so weiter und wird Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach. Und sein vorteilbringender Irrtum mit der Gefährlichkeitsüberschätzung der Viren und Bakterien, ja, der breitet sich massenhaft aus in alle Welt und wäscht uns Gehirn sozusagen und stellt sozusagen entscheidende Viren des Geistes aus. Und solche Viren des Geistes, solche vorteilbringenden Irrtümer, die uns alle unser aller Leben zerstören, haben sich massenhaft in den letzten 170.000 Jahren der Medizinevolution und in den letzten 400.000 Jahren seit dem Beginn von freiem Markt und freier Arbeitsteilung im Rahmen der Tauschhandelssysteme und so weiter. Aber freier Markt und freie Arbeitsteilung haben uns überschüttet mit vorteilbringenden Irrtümern, die unser aller Leben zerstören. Und hiermit ist bewiesen, naturwissenschaftlich bewiesen. Markus Kralls Weltsicht, Sins Weltsicht, Fellbers Weltsicht ist völlig unrealistisch, völlig antinaturwissenschaftlich, völliges Ignorieren des evolutionären Denkens, des darwinischen Denkens, völlige Unkenntnis des modernsten Standes der Naturwissenschaft, völliger Wissensmangel, völliger Bildungsmangel und total gefährlich, wenn solche Leute die Geschicke der Menschheit bestimmen würden. Und liebe Fridays for Future, ihr seid ja noch unschlüssig, was ihr da glauben wollt. Christian Fellbers Modell würde vielleicht drei Prozent aller Probleme lösen und 97 Prozent aller Probleme eben ungelöst lassen. Ja, und deswegen, ich habe heute noch mal eine Nachricht geschickt an die Zusammenarbeitsaspekte von Fridays for Future. Hier, liebe Fridays for Future, noch können die Next Scientists for Future den Kohlestop 2026 euch geben, vollfinanziert aus deren Degrowth-Prozessen und Einsparungsprozessen sozusagen herausbezahlt. Aber das ist eure einzige Chance, dass jemand euch überhaupt entgegenkommen kann. Das ist einzig und allein die NextScientistsforFuture.de vom Weltrat wissen als einzige, wie sie euch entgegenkommen können. Also Zusammenarbeit ist angesagt. Und wenn ihr weiterhin unfähig seid, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten und immer nur mit den falschen zusammenarbeitet, dann kann nichts Positives rauskommen. Ja, das war's mal schon wieder. Tschüssi, bis bald!